Dann spinnen auch Wissenschaftler, Kommunen, Verkehrsverbünde und Bürgerinitiativen. Denn nicht nur Piraten fordern Fahrscheinfrei. Aber wir, wir sind die einzigen, die das konsequent im Landtag fordern. Viele Studien belegen, es ist möglich. Und in einigen europäischen Städten funktioniert es bereits. Fahrscheinfrei ist also keine Spinnerei, sondern eine revolutionäre Idee. Untertitelung des ZDF für funk, 2017